Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 9. April 2021. Ihr hört heute die Geek Talk Daily 985. Heute habe ich die folgenden Themen mit für euch dabei. Google Home Feed, LG, LG. Zum zweiten Nokia Datenschutz 2 Millionen und Garantieverlängerung. Ich beginne mit Google Home, der App aus dem Hause Google, die das ganze smarte Zuhause regelt. Erst gerade vor wenigen Folgen habe ich euch erklärt, dass Google die WiFi-App zum Beispiel in Voraussicht oder für die Google Home-App aufgibt. Und da hat man noch viel mehr drin. Einiges auch, was man vielleicht nicht drin haben möchte und da möchte Google nächstens ein bisschen was nachhelfen. Man soll jetzt bald schon das Ganze selber kustomisen können und sagen können, was wo angezeigt wird. Finde ich definitiv nicht schlecht, weil das, was ich brauche, suche ich immer und ist nie da, wo ich es gerne hätte. Weiter gibt es mit Android. Äh, genau. LG, die Android-Smartphone-Sparte, die sie ja eingestellt haben. Da habe ich ja auch vor wenigen Tagen darüber berichtet. Nun hat LG noch weiter verlauten lassen, dass die Voraussicht oder die Versicherung der drei Jahres-Updates sieht, dass sie daran festhalten möchten. Also auch wenn sie das ganze Business aufgeben werden, sollen die Smartphones noch weiter Updates bekommen. Da bin ich ja mal sehr gespannt, ob und wie das klappt. Auch wollte LG ja das ganze Smartphone-Business ihren eigenen Käufer lostreten, der damit noch ein bisschen was macht und somit auch ein bisschen Geld in den Topf schmeisst, womit sie nicht noch mehr nach unten gehen. Im letzten Jahr wurden sie unter anderem verklagt von einem Patent-Troll und haben damit erst im März dieses Jahres gewonnen, nachdem niemand anders die Firma und vor allem die Patente kaufen wollte, zumindest wahrscheinlich nicht zu dem Preis, den LG aufgeworfen hat, gehen die Patente jetzt an den genannten Patent-Troll, was wiederum heissen wird, dass wir wahrscheinlich nächstens wieder mal ein paar Klagen aus Dublin heraus, da sitzt der Patent-Troll, in Richtung Apple, Samsung, Oppo und so weiter sehen werden. Ziemlich unschön, aber ja, Geld muss halt irgendwie her, denke ich doch mal. Das wird die Überlegung gewesen sein. Dann hat Nokia ein Smartphone vorgestellt. Nee, es war nicht ein Smartphone, es waren auch nicht zwei, auch nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Ich mache nicht mehr weiter. Es waren sechs Geräte. Allesamt im Bereich der Budget- und Mid-Range-Smartphones, Android-basiert logischerweise, mit unterschiedlichen Ausstattungen vom Display her, von der Punch-Hall, also es spricht Frontkamera. Auch die Rückkamera sind unterschiedlich. Die CPUs sind unterschiedlich mit und ohne 5G oder sind alle mit 5G. Ich habe den Überblick verloren. Allesamt haben sie auf jeden Fall über 4000 mAh Akkus verbaut. Und eben preislich liegen wir irgendwo bei um die 400-500 Währungseinheiten maximal. Mal schauen. Kein Bond-Smartphone ist mit dabei. Kleiner Scherz am Rande. Genau. Dann Apple, ein Tag im Leben deiner Daten. Das ist ein PDF, was man bei Apple schon länger runterladen kann. Das Ganze war bis jetzt in Englisch. Jetzt ist es eingedeutscht. Wer also möchte, kann sich dieses 12 respektive 13 Seiten mit dem Glosser oder dem Inhaltsverzeichnis oder wie gesagt mit dem weiteren Quellenverzeichnissen runterladen, kostenlos bei Apple. Wir werden es bei uns in den Shownotes verlinken. Lest doch mal rein und schaut, was mit euren Daten so passiert. Nun gibt es auch neue Zahlen. Die gibt es in letzter Zeit immer nur von Spotify. Spotify ist unglaublich motiviert, ganz viel Geld aus dem Thema Podcasting zu machen und gehen da über Leichen. Bei Apple gibt es jetzt neue Zahlen, nicht offiziell von Apple, sondern von der Podcast Industry Insights. Die haben eine Analyse angestellt und herausgefunden, dass man kürzlich die 2 Millionen Podcast-Marke überschritten hat. Im Verzeichnis von Apple Podcasts. Man hat aber auch herausgefunden, dass rund ein Viertel davon nur eine Folge hat. Da haben gewisse Podcaster ziemlich schnell wieder aufgegeben, nachdem sie die Nullnummer eingestellt haben. Ich glaube, ich habe auch noch einen Podcast, der nur eine Folge darin hat. Ich sollte mal da wieder was produzieren. Auch gibt es weitere Details dazu, wenn man einen Podcast als Podcast nimmt, der mindestens 4 Episoden hat. Das war ihr Ansatz. Dann kommt man auf eine Gesamtzahl von 880'000 Podcasts, die im Apple Podcast Verzeichnis drin sind. Rund ein Drittel dieser haben dann auch noch mehr als 10 Podcast Episoden in einem Format mit drin. Und noch ein paar weitere Zahlen, das könnt ihr nachleisen auf daily.geektalk.ca. Da haben wir einen Blogpost verlinkt, wo ihr das Ganze ein bisschen genauer anschauen könnt. Auch eindrücklich, im letzten Jahr oder in den letzten Jahren hat Spotify über 800 Millionen US-Dollar ausgegeben, um den Bereich Podcasts auszubauen. Also mit Aufkäufen von Gimlet, Media, The Ringer und so weiter und so fort. Und ja, da muss natürlich was rauskommen und da werden jetzt die Podcaster und auch die Podcast-Hörer gemolken, die darüber das Ganze sich anhören. Muss da schliesslich wieder rein, das Geld, mit Werbung und solchen Geschichten. Zu guter Letzt gibt es noch was Schönes aus dem Hause Huawei. Die haben nämlich Garantieverlängerungen ausgesprochen. Für all diejenigen, die ihr Huawei-Smartphone im Laufe, also zwischen April und Juni 2021 gekauft haben, die bekommen eine verlängerte Garantie. Plus noch ein paar weitere zusätzliche Geschichten wie kostenfreien Speicherplatz in der Mobile Cloud, VIP-Zugang zu Streaming-Diensten wie zum Beispiel Huawei Video oder Huawei Music und, und, und. Aber es profitieren auch Leute, die noch später das Ganze kaufen werden oder sich ein bisschen früher damit eingedeckt haben. Auch da am besten geht in die App Gallery. Das ist der App Store aus dem Hause Huawei. Und da bekommt ihr die ganzen Informationen, ob ihr auch damit bedacht werdet und oder nicht. Das waren es, die Neuigkeiten für heute und für diese Woche. In diesem Sinne, euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, bis nächste Woche mit dem Achim wieder. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.